So ein Glühwein bei dem Wetter ist schon was geiles, oder? Prost, Prost. Aus und Weise bevorzuge ich das mal. Schön aber auch übrigens. Der ist hübsch. Trotz die Weihnachten. Nicht so ein Ding? Nein, nicht wirklich. Holst du dir noch Weihnachtskalender oder so? Nein, nicht wirklich, weil da hat ein kleines Schokostückchen drin, das ist in einem Lug weg. Nein, es ist ein bisschen mehr Schokolade als das bisherige Dach. Nein, das reicht nicht um. Ich werde auch schon länger können, weil irgendwie ist es ja wie ein Frühstück vielleicht. Naja, vielleicht gibt es ja mal irgendwann wieder was Spannendes. Ja, du weißt nicht. Was ist denn das? Schaut interessant aus. Das ist natürlich was anderes. Boah, der riecht sogar richtig was. Das ist ja da wohl meiner. Du wolltest mir jeden geben. Wieso, du wolltest ja keinen haben. Doch, das schon. Du hast irgendwas von Schokozwergen erzählt. Aber der, guck mal, der hat sogar, der hat so, was ist denn mal los? Der hat sogar hier ein Fach für Silvester, Alter. Den kann man sogar noch länger als Weihnachten benutzen. Das ist praktisch für mich. Also den könnte ich, äh, da würde ich. Hm, da reden wir noch drüber. Ja, der ist ja nicht schlecht. Jetzt ist er weg. Aber ich glaube, die gibt es beim Hanfmagazin. Ich glaube auch. Schaut mal beim Hanfmagazin rein. Prost. 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 Ah.